ja hallo freunde sky youtube sports grüße euch jetzt heute mal ein mensch das haben diese uhrzeit passiert wir haben es laut 22 uhr 11 und ja wir spielen der step by daylight von crazy for life fast alle hier alle ab 18 also der holy gut da nicht das edelstahl schwein powerchen gut dann auch nicht seine alb und der bäcki ja ich würde sagen wir machen jetzt mal eine freundschaftsrunde hier wir sind auf vietnam mal drin und wir haben uns sogar gefunden wer es glaubt er hat scheinbar kaum einer zu spielen naja ja da wir alle in teamsweg in einem raum sitzen wird wahrscheinlich der killer vielleicht ein bisschen gnädig sein und punkte machen zu dürfen naja keks keks ja keks euer fleischwerbung hier da gibt es hier deine markt dieser asi dieser verdammte hungerhaken das gibt es doch nicht was das ist was zum geier was hast du gesehen ey ich komm nicht warte mal das war unfair ich kann man den scheiß baum nicht weg der baum ist nur fünf meter breit und tiefmeter hoch was es ist doch essholz ich renne genau hin wo der dricksack auch noch hinter mir weg achtung je nachdem wer wo ist nicht gucken jetzt kommt doch mal hier rüber mensch ich brech ab hier ey wer ist denn da hinten am felsen wer ist das da hahaha ihr bist ja nicht mein nachbar ACHTUNG der ist nicht lieb da laufen sie alle weg ich muss euch alle gleich behandeln virus hängt da musst du auch hängen ja klar was ist ich wenn ich hier nicht hängen will hättest du dir einen Haken ausruhen können da hast du ja nicht mal die wahl gelassen hast du nicht verstanden du bist ein Gastgeber hier auf deinem Grundstück Alter Assi jetzt hau doch mal ab ey du Fehlzündung bei dir stimmt doch was nicht ey ich häng schon wieder an diesem scheiß steinen fest das gibt's doch nicht jetzt hol ich mir die tausend und hau mich wieder runter ich sag Zement alter ja da hat er hinten jemanden gesehen geh 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 doch da gibt's mir dreckig pummel mich und weg das gibt's mir wieder dieses scheiß totgewicht hier raus so hängste hier mal ne Runde ab ne ja toll im Keller aber das ist gut für den Keller gegen euch ich wollte da runter da kann ich doch nichts mehr danke bitte 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 vorsicht er kommt in den Keller er ist gerade aus der Hütte rausgerannt ja komm her ich kuschel mit dir sogar komm her ich kuschel mit dir ja alles nicht kuschel lecky hast du den D-Zug gefressen oder was ja selber schuld jetzt kommt er wieder ja lass uns Blutpunkte machen schon klar ja ja jawohl ja ha 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 danke Hau ab, Stink, sag ey! Okay. Weißt du, wenn du mich jetzt hinhängst, will ich weggehen. Oh, shit! Ja, lass mich auf allem wie so nass im Sack, hast du schon recht. Lass mich in Ruhe. Ach, lecker. Ach, ich hab mich erschrocken jetzt, ey. Also, als Blutpunkte mache, wirst du arbeitslos halten. Sorry. Die sind alle hinten links. Ist das ein Opfer, ey. Ah! Na, du. Du. Ich könnte ja auch lügen, äh, Virus. Hab ich ja auch in dem Sinne. Oh, shit! Oh, shit! Okay. 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 Hey, du Schachbettwissage, hängst du mich jetzt auf, oder nicht? Ich in diesen Ton wänge. Halt's mal, du. Bitte was? Du, Heberfleck. Am Arsch der Welt. Ja, jetzt leg mich auf! Häng mich aus! Ich hab da einen ganz besonderen Haken für dich vorbereitet. Ja, ich warte, ja, ja, ich warte, wirst wir in den Keller gehen. Lass uns Lachen in den Keller gehen. Ich werde Blutpunkte machen. Gavit! Nein, wir werden nicht Blutpuppen. Ja, ja, du mich auch. Schrechte Bewertung. Wegen Nichtrollen. Habt ihr ihn schon runtergeholzt? Ja. Da hat ein Generator geknallt. Ich will nur sagen, der an der Hütte ist gleich fertig. Der Hütte wird an der Hütte. Ach so, der Hütte wird wieder. Angenehme, die Hütte wird auch schon gut verbleiben. Guten Tag, was ist los? Hast du einen Geist gesehen? Guck mal hier. Gefällt dir hier die Aussicht? Wunderbar. Jetzt hast du sie aber ganz fein aus der Affäre gezogen. Diese Sau, du. Wer ist? Ja, zur Feige zu kämpfen hier, ey. Ja. Alp. Seh dich. Komm mal. Ich seh euch beide. Nein! Komm. An der Hütte der Generator. Es ist doch mieser Sack, Alter. Jetzt kann der mich denn sehen, ey. Ich mach gar nicht. Ich hab gar Bock mehr, ey. Du bist doch asozial, ey. Oh, oh. Jetzt wird ein paar Mal gehen mit dem Baum. Ich hab dich nyt. Oh, oh. Ich hab dich. Ja. Bock. Ja. Schwein, wie sieht's aus? Ja, was heißen? Ja, schlechter als recht. Das kommt bei der 11. oder 8. Pass auf! Au! Fuck! Du bist richtiger Arschmeister 3000 oder so, hä? Was hab ich denn jetzt damit zu tun? Muss ja so sein. Das wenigstens mal Schocks reinzuwiegeln oder sowas. Du kommst in den Keller. Ciao! Ach, Virus. Danke, dass du dich verraten hast. Ach, halt doch die Klappe, ey! Ich hasse dieses blöden Scheiß! Na bitte. Virus, komm spielen! Ich wüsste nicht mal an, sonst zwei ist in der Nähe vom Virus. Ja, ich muss erst mal gegen... Gegen mehrere Bäume, oder nicht? Ja. Du kannst ja auch von den Baum schützen, hab ich gehört. Richtig. Machst das auch beruflich. Mhm. Wie viel verdient man da pro Baum? Ähm, pro Baum 50 Cent. Das war nicht viel. Ne, da musst du eben auf Akkord arbeiten. Verdammt nochmal! Das hört man zu spät, ne? Jawohl. Was soll ich das jetzt gegen die Wandrennen arbeiten? Das man das nie schafft, wirklich, oder? Ja. Das hört sich doof an, aber ich werde jedes Mal, wenn ich am Haken hänge, versuchen, Flugzeug zu machen. Weil ich möchte wissen, ob das irgendwann mal eine Möglichkeit gibt, wieder, dass man da vom Haken runterspringen kann. Ich hab das schon mal hingekriegt, das weiß der Virus. Ach guck mal, jetzt läuft er in die Hütte rein. Tschüss! Ja, gib dafür Punkte, 1500. Haut ab, haut ab! Oh ja. Ja, ich bin gleich tot. In Richtung, wo Paletten ist. Ja, das war jetzt doof. Hier sind nirgends wo mehr Paletten. Aber du hast doch gehört, der Rettet gegen jeden Baum hätte irgendwie ausnutzen können. Du Pampa, ich hör dich. Du willst das doch auch! Das war nicht mal mehr ein Millimeter-Alpha. Nee. Das war nicht mal mehr ein Millimeter-Alpha. Nee. Wenn du schon sagst, wir machen Glutpunkte und dann jeden. Nein, das habe ich nie gesagt. Doch, hast du gesagt. Vor der Aufnahme. Vor der Aufnahme hast du gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Nein, habe ich nicht. Nein. Ich habe gesagt, dann bekommen wir Blutpunkte. Ja, ja, ja. Ich habe nicht gesagt, dass wir Blutpunkte fahren. Der Ausgänge. Komm doch her. Ich bringe ihn zur Luke. Komm. Das gehört jetzt seelisch. Versprochen. Das sind nochmal 5000 Punkte. Weichei. Ich wusste es. Wer so gnadenlos ist zu den anderen, der ist auch gnadenlos zu mir. Deswegen bin ich rausgegangen. Du kannst nicht mal. Du hast gleich die Dingerung und geh wieder zur Lobby zurück. Ja, war recht. 20.000 Punkte. Ich wusste 22.000 Punkte. Ja, weil du mich zu früh aufgenommen hast, als du was 4.000. Jetzt bin ich wieder schuld, oder was? Ja, du bist schuld. So, wer spielt jetzt Killer? Holy. Wenn ich damals gewusst hätte, wie das genau geht, hätte ich meine ganzen Zahnräder nie verschwindet. Aber ich denke mal, ich werde für morgen Abend, werde ich wahrscheinlich wirklich Cryo 4 Abend machen. Dann werde ich aber schon schauen, dass ich das Spiel so weit schaffe. Ja, aber ich kann mich erinnern, ich bin bis zum... Also ich bin nicht mal zum ersten Endboss gekommen. Oh, hau, 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 hau. Schon halb elf, ey. Ja, geht schnell die Zeit. Ja, das geht sehr schnell. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Äh, nein. Kommt euch jetzt nicht herein, wir sind am Aufnehmen. Wir wollen doch reinkommen. Da will einer die. Und ich wollte da hinten... Und ich... Hase, du bist mitten in der Aufnahme. Oh, sorry, Entschuldigung. Ach, ja, ist in Ordnung. He, welche Rechnung? Die Wasser oder Gas? Jetzt bleib mal unruhig, ich bin schon unterwegs. Das geht dich überhaupt nichts an. Lass mich ruhig, bin Notarzt. Du bist... Bin Notarzt und mache irgendeine örtliche Betäubung. Guck mal, hier ist eine am Generator. Hau ab, Stinksack! Da! Oh, Mann! Warte, ich komme hier nicht weg! Ich muss da... Ich... Hallo! Himmel, Arsch, fickt Birne, ey! Komm hier mal hin, mein kleiner Schinkel. Ich werde hier das auch gerne mit Trockenen. Ich kack dir gleich ins Gemüse, Alter. Dass du nicht mehr weißt, ob da Radieschen bei Ostern aus dem Ohr wachsen, ey. Denk sie an. Du willst es doch auch. Du gibst es nicht! Ich... Ich wickel doch, du Arsch! Ich war doch fast unten! Du blöde Scheiße, du! Ich hasse dieses Kackspiel! Ich war fast unten! Das gibt's nicht! Das Spiel ist doch scheiße zu uns, ey! Ja, versteck dich da vorne! So, das reicht. Ich werde jetzt erstmal die... Einer läuft schon. ...lecky schlachten. Nicht einmal explodiert, ne? Geil, oder? Ah! Was? Wie ich mir die so schön schreien kann, ey! Ja. Ja. Bleib doch stehen! Hallöchen! Blöder Hund, ey! Hallöchen! Virus bitte an die zwei! Virus bitte! Hast du Schmerzen, oder was? Geht klar. Ach, ich darf mich einfach liegen. Ja, ich bin verflügt. Ja. Ich bin verflügt. Da hilft dir nochmal mein... ...weisch auf. Du, Noterdo! Wo denn? Nein! What the fuck? Ja! Du Assi, Alter! Geh kacke, ne? Hier knallt ein Generator nach dem anderen. Oh! Den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe ganz woanders hingeguckt. Ich war voll Brainer abgabst. Hey! 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 Geh mal weg, den Generator! Mach mit! Fuck you! Oh Mann! Hey, nicht so an. Scheiße! Ich glaube, da müssen mehrere hinleuchten, damit man dem Killer irgendwie stören kann. Ne, ne, mein Bildschirm geht ja komplett weiß. Und du... Ich habe ein Kilo von der Schulter. Drei Leute haben den angeleuchtet, dann hat er die Hand vor die Stich gehalten und hat mich fein lassen. Oh, ich sag mal Blacky, kannst du nicht kämpfen oder was? Nicht! Bist voll die faule Muschi, ey! Oh, ho, ho, ho! Der Ton! Hä? Ey, sorry ey, aber das geht ja mal gar nicht klar, was du da treibst, ey! Nein, nein, nein! Mich? Nein! Bitte nicht! Nicht mich! Nimm den anderen! Komm! Virus ist auf dem Dach! Wortwörtlich! Geh! 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 Pass auf. Hast du gut gemacht. Siehst du, hast du den Baum hier nicht gesehen? Ich komme hier nicht weg. Siehst du das denn nicht, ey? Und dann haust du doch drauf, ey. Du bist eine Zahnfee, Alter. Dir solltet man doch mal die Zähne von hinten besohlen. Ey, sag mal. Die Zahnfee, Alter. Ja, du haust. Ich kann doch nichts machen, du Vogel. Ja, lass mich mal liegen. Da kann ich mich selber heilen. Ja, weiß ich. Ja, drück doch mal eher, Mensch. Du Kotnascher, ey. Hä? Ich lege es für dich. Ja, du. Immer diese Faschisten, ey. Ja, äh. Dieser muss einfach nur mal die Leertaste drücken, Blacky. Das musst du dir mal merken. Ja, genau. Deswegen bist du auch so weg, weg vom Fenster. Wacka, wacka, wacka. Wir sind jetzt was genau. Ja, genau. Also ihr seid... Also, ja. Ja, 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 nee, ja. Alp, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Da, so, rechts von dir. Nimm den auch noch mit. Ja, 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 ja. Himmel, du Fickfisch, ey. Oh, geh mal kacken, Alter, du... Du Pummelpiste, ey. Hallo. Hallo. Virus. Na, wo bist denn du? Da ist er. Ich komm. Oh, wie ist das, geht nicht. Ihr scheiß Rattenhelge, ey. Da! Schick gemacht. Ja. Klug ist... Hey, komm. Oh, ist schon wieder Milch. Sorry, Daniel. Mein Herz schlägt hier gerade. Weißt du was, Daniel? Hier, komm. Momentan anderen Arsch. Ja, ich muss aber nur ins Bett, ich muss morgen arbeiten. Tschau, tschau mit V. holi du bist ein erbärmlicher kodenasche woher zu denn man diese unfairen spieler namens holy ja ja lass mich liegen ich schaff das schon lass mich doch legen will mich selber ein du bist wohl die spielbremse die siehstin wichser ist dann der ist doch recht so wie er guckt ihr das doch was er mit mir macht hier einfach ganz recht durch die gegend tragen also ich also sehe ich außer die fußpilz es behindert ist das doch ganz ehrlich weißt du kommst du dich ein bisschen verkohlt vor jetzt habe ich schluss so getan dass da hab ich denn mal hier nett sein kann aber ich bin derjenige dass ich noch so saust Es ist so schön in Kürzüger, so schön in Kürzüger. Ich bin zu müde, ich bin alt geworden, ich muss mich nicht gleich inhalten. Oh, lass mich den Ausgang aufmachen, ist doch cool. Ja, was hast du jetzt hier davor? Du hast so weiche Knie, guck mal wie dünn die sind, ey. Die Hose war auch schon mal enger gebunden. Ich schlick mich doch im Arsch. Ich wusste das, ich wusste das, ich so läuft das nach links, ey. Dann will er bestimmt gleich zu holen. Ich glaube eher, dass wir nicht jetzt mal, dass wir das alles nicht haben, was du hier angezeigt hast. Das war was richtig scheiße, ey. Ich kann gleich einfach irgendwo hinhängen. Ich kann gleich einfach irgendwo hinhängen. Ja! Hätte mich auch schon eh erkriegen können, glaube ich, oder? Hä? Hättest mich auch schon eh erkriegen können, oder? Hättest mich auch schon. Machen wir noch einen Wettlauf, ey. Ja Freunde, wenn euch diese zwei Folgen gefallen haben, wie wir jetzt mit unserer Community spielen und ihr einfach mal mitspielen wollt, dann seid ihr eigentlich recht herzlich willkommen, oder wie seht ihr das? Ist es wahr? Also Leute, wenn ihr bei uns mitmachen wollt, dann schaut einfach mal in Kanalinfo rein, da findet ihr TeamSpeak-Adresse und dann kommt ihr einfach mal rein und dann wird man um euch kümmern. Beziehungsweise der nächste Alp, der, was war das vorhin, der Totenpfleger, der ist schon da. Ich bin hier. So, also, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und schau mit V.